Wir haben dieses Jahr eine absolute Messe-Nauheit. Die Katze von Karl Lagerfeld, Schuppett, exklusiv hier. Das ist sie. Also es ist absoluter Darling, ein riesen Instagram und Facebook-Star. Die haben wir exklusiv als Lizenz mit Karl Lagerfeld gemacht. Das heißt, Sie haben mit Karl Lagerfeld auch zusammengearbeitet und auch die Katze zusammen entwickelt? Genau. Also ohne sein Okay würden wir die so nicht produzieren können. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Sehr gut. Also wir haben ja schon mal mit ihm ein Produkt gemacht, den Lagerfeld Bären. Und ich glaube, dass wir, also wir haben natürlich eine besonders große Hochachtung für Karl Lagerfeld. Aber er schätzt die Qualität und auch unsere Handwerklichkeit sehr. Die ist ab wann auf dem Markt? Gibt es die schon oder wann kann man die bekommen? Die wird jetzt ab jetzt verkauft. Nach der Messe? Das ist toll. Schuppett. Ja? Das ist toll. Du? Du? Ja. Du? Nein!